Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Lenkradquallen. Das High-End-Produkt in unserem Lenkradqualle-Test geht an die Atago 870. Gut sichtbares und abschreckendes Auto-Lenkradschloss der neuesten Generation mit zuverlässiger Elektronik, ohne Fehlalarme und mit vielen Vorteilen, hergestellt in Europa von Atago Secure, einem europäischen Hersteller von High-End-Fahrzeugschlössern. Verschiedene Platzierungsformen Sein Gelenkarm-System ermöglicht die Arretierung um die Speiche. Es wird mit Spiel platziert, um das Lenkrad nicht zu beschädigen. Schlüsselloses Press- und Klickverriegeln durch Drücken der Arme um die Lenkradspeiche. Einstellpart für die dünnsten Lenkräder Mit dem patentierten Smart-Alarm Optionale Aktivierung Der Benutzer kann wählen, ob er den leistungsstarken 120 Dezibel-Alarm aktivieren möchte oder nicht, der auch die 6-Bip-Vor-Alarm-Warnfunktion enthält. Es erkennt sogar versuchten Diebstahl. Doppelwarnung-System Kraftvolles Ton und Lichtsignal im Dunkeln sichtbar Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Blues HH Lenkradkralle. Dieses Autolenkradschloss besteht aus hochwertigem PU-Leder und einer Legierung, die Autoliebe optisch abschrecken. Dieses Autolenkradschloss ist für die meisten Fahrzeuge geeignet, sogar für Lenkräder mit Airbags. Wenn Sie feststellen, dass sich das Lenkrad nach dem Verriegeln immer noch leicht bewegt, stellen Sie die Lenkradhöhe so ein, dass das Lenkrad besser in die Verriegelung passt. Dieses Autoschloss ist sehr einfach zu installieren. Es dauert nur wenige Sekunden, um das Lenkradschloss am Lenkrad zu installieren. Wenn Sie dieses Autolenkradschloss nicht verwenden müssen, können Sie das Lenkradschloss einfach überall im Fahrzeug verstauen. Sie erhalten ein Paket mit einem Fahrzeuglnkradschloss und zwei Schlüsseln. Die Größe des Lenkradschlosses beträgt 37,9 x 10,8 cm. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Lenkradkralle-Test ist die TV-Lafé Lenkradkralle. Die patentierte Selbstverriegelungsfunktion von TV-Lafé lässt sich mit einem Zug verriegeln. Einfach zu handhaben, zu installieren und zu entfernen. Einfach, mit Schlüsseln in Sekunden zu verriegeln und zu entriegeln. Es kann hinten am Lenkrad angebracht werden, damit es nicht auf dem Airbag aufliegt. Mit einer Kappe verpacken, um versehentliche Glasschäden zu vermeiden. Ein Metallwerkzeug zur Fluchtsicherung für Autos, um das Einklemmen von Fahrzeugen zu verhindern und das Fenster für die Flucht zu zertrümmern. Hergestellt aus hochwertigem Rundstahl und hochwertigem Aluminium-Aluminium-Legierung, um Stemmungen, Sägen, Hämmern zu widerstehen. Der präzise doppelte Crescent-Lock-Codierschlüssel des Typs Sub wurde speziell entwickelt, um professionelle Diebe und gegenseitiges Öffnen zu verhindern. Das neue verbessertes Schloss ist besser als andere Mitbewerber. TV-Lafi stellt Ihnen zwei Schutzpolster zur Verfügung, das nein anderer. Sie müssen Ihr Lenkrad beschädigen oder unter Druck setzen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.